Harald Glöckler hat ein neues Vorhaben. Er möchte sich seine Brust perfektionieren lassen und begibt sich in eine Düsseldorfer Schönheitsklinik. Ein bisschen aufgeregt ist der Modezar schon, doch letztendlich sieht er dem operativen Eingriff gelassen entgegen. Frei nach dem Motto. Ich lass es jetzt über mich ergehen. Das muss man so nehmen, wie wenn man einen schlechten Liebhaber hat, einfach stillhalten und warten bis es vorbei ist. Doch um diese perfekte Brust zu erhalten, musste Herr Glöckler vor dem Eingriff zuerst körpereigenes Fett aufbauen. Dieses wird dann während der OP abgesaugt und in die Brüste wieder eingebracht. Kein ungefährlicher Eingriff. Doch die Schönheitsoperation verläuft reibungslos und die Herrenbrüste sind dran. Harald Glöckler ist überglücklich. Mir geht es so gut und jetzt beginnt ein neues Leben. Ich habe das für mich getan. Doch bei der ersten Visite muss der 58-Jährige dem Arzt einige unangenehme Nachwirkungen gestehen. Im Bauchbereich quält den Modezar ein Brennen. Und untenrum ist auch nicht wirklich alles fein. Es sind zwar normale Nachwirkungen des Eingriffs. Doch Herrn Glöckler ist es natürlich recht unangenehm, dass seine Kronjuwelen temporär nicht wiederzuerkennen sind, wie oben im Video zu sehen. Und untenrum ist es natürlich recht unangenehme Nachwirkungen des Eingriffs.